If I can't win you! Hallo und herzlich willkommen zur Folge 103 von Minecraft Galactic Science. Heute wieder mit dem Mosketo zusammen. Moin! Der gerade unsere Essence Farm aufbaut. Will. Er versucht es. Und ich gucke gerade mal, wie wir am besten noch Kohle wieder in unsere Geräte bekommen. Eigentlich bräuchten wir gar keine Essence Farm, ne? Wir haben so viele Äpfel. Aber ich brauche sie trotzdem. Dann haben wir aber ein bisschen Abwechslung da drin. Hier ist richtig. Gab das hier nicht auch ein automatisches Lagersystem? Irgendwas gab es da, aber ich bin da nicht durchgestiegen. Wenn du dich damit befassen möchtest, gerne. Hm. Ich weiß noch nicht. Ich brauche noch einen Itemfilter. Ich brauche noch einen Itemfilter. Ja. Hatten wir noch einen? Ja. Ich muss noch welche bauen. Da brauche ich ja wieder Hopper für. Das sieht doch schon mal gut aus. Bäume sind alle weg. Ich wollte gerade aufspringen und hinkommen, weil ich dachte, du bist fertig. Ha, 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 ha. Ne, ich bin noch nicht ganz. Ich muss gleich mal einen Shizzle machen hier. Ein Shovel. So, ich bereite auch schon mal für deine Farm gleich mit vor. Ich brauche noch mal für deine Farm. Es funktioniert. Echt? Das hört sich gut an. Wir können jetzt in unser Lager rein und auch wieder raus. Je nachdem, wie wir es brauchen. Das hört sich gut an. Fuel ist auch unterwegs. Aber was wir da vorhaben, das erzählen wir dann, wenn wir soweit sind. Wenn alles spruchreif ist. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier an Steinen gelegt haben. Das sind die... Ah, ja. Passt. Passt, sagt er. Ich brauche noch mehr Cobblestone. Daran sollst du eigentlich nicht scheitern, oder? Eigentlich nicht. Nee, nee. Ich habe erstmal die Bäume weg. Ich muss jetzt erstmal nochmal schnell gucken, alles ebnen und so. Ich muss auch die passenden Steine alles haben, ne? Sonst sieht das ja nachher blöd aus. Da gebe ich dir recht. Ja, natürlich hat er jetzt keine Schaufel dabei. Wie sollte es auch schon sein? Was hast du getan? Ich habe mich von unten durchgegraben. Müssen wir mal gucken, was wir daraus noch so machen. Weil eigentlich brauchen wir hier drinnen ja nicht mehr diese Farm. Achso, ne, drinnen brauchen wir nicht mehr. Unser Mini-Ding da. Klar. Kannst du mal nach unten graben, wo die Mitte bei dir nachher ist? Wenn ich da mal eine gefunden habe, mache ich das. Ich muss mal gucken. Ich will erst dann der Baumfarm anpassen. Also die Mitte kann ich dir geben von der Baumfarm. Ich muss nur die Mitte von der anderen Richtung wissen. Ja, weil... Genau in die, wo du gerade läufst. Ich muss nur die Mitte von der Baumfarm. Hallo. Ja, alles klar. Ja, da kommt ein Gerät. Da kommt der Gerät hin, jo. Uh, das ist angeschlossen. So, da kommt ein Gerät in die Mitte. Hm, 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 genau so wollte ich das haben. Ähm, ja. Hast du das Gerät schon gebaut? Nö. Ich hab jetzt mal meinen Sand und alles gemacht. Ein Farmer. Das ist ein Animator. Ähm, ja, gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht. Hier ist ein видел. flewk in die Mitte. Da hat er sich, ganz genau gut ab und alles gemacht. Und da hat er sich verschengo. Ja, wir haben diese Nacht. Und da hat er sich, ganz genau sohl und alles gemacht. Und da hat er sich jetzt gar nicht aus. Planter? Ja, ich glaube, er ist das. Inventarplatz schon wieder, ey. Kauf dir doch mal einen Rucksack. Ja, das wäre gar nicht so verkehrt. Ich mache die jetzt genauso groß wie die Baumfarm, ne? Ja, genau, würde ich sagen. Ich brauche Dirt. Da müssen wir ja immer nur fleißig nachlegen. Dann müsste das ja eigentlich ganz gut klappen. Ja, das geht schon. Machen wir auch wieder einen Stone, würde ich sagen, oder? Den Farmer machen wir auch wieder einen Stone, ne? Ja. Gucken wir, ob wir nach Stone hier rumliegen haben. Haben wir. So, vielleicht haben wir da auch schon wieder Quests, oder? So. Damit haben wir schon wieder Old MacDonald abgeschlossen. So, wie wir diesen wunderschönen Planter in Betrieb nehmen. Gut ziekt. Gut ziekt. Bis zum nächsten Mal.